Am 2. November hatten einige Nagel- und Kosmetikstudios aus Mecklenburg-Vorpommern einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Greifswald eingereicht. Darin ging es um die von der Landesregierung verordnete Schließung der Salons im Rahmen des sogenannten Lockdown Lights. Die Antragsteller erforderten die sofortige Wiedereröffnung ihrer Studios. In der vergangenen Woche wurde der Eilantrag durch das Oberverwaltungsgericht abgelehnt. Begründet wurde dieser Schritt unter anderem mit der Aussage, dass der Besuch eines Nagel- und Kosmetiksalons nicht zu den Grundbedürfnissen der Allgemeinheit gehört. Für Kosmetikerin Jessica Radtke, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Katrin Seidel ein Permanent-Make-up und Kosmetikstudio in Schwerin führt, ist diese Entscheidung aus Greifswald ein Herberschlag. Beide hatten sich dem Eilantrag angeschlossen und bis zuletzt auf einen positiven Ausgang gehofft. Nun fällt ihnen nicht nur das komplette Novembergeschäft weg, sondern auch die für sie wesentlichen Umsätze in der Adventszeit.